Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um drei Paletten gehen, die ich neu gekauft habe. Es sind zum einen zwei Paletten von Zueva und zwar ist das die Retro Future Palette und die Rodeo Belle. Und dann habe ich noch von der Aileen, Aileen Coco, bei Instagram eine Morphe Brushes Palette abgekauft und zwar die 35U. 35U und die ist monströs. Ja, ich habe gedacht, ich zeige euch einfach mal die Paletten mit Swatches und wir starten einfach mal. Wir starten mit der Retro Future Palette von Zueva. Die lagen bei Douglas einfach so an der Kasse. Ich habe noch nie Zueva Paletten bei Douglas gesehen gehabt und musste zuschlagen. Was soll ich sagen? So, die kommen erstmal in so einer Verpackung und sehen dann genau gleich aus innen. Hier steht eben noch der Name drauf und was ich schade finde, ist, die haben keinen Spiegel. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Was ich schade finde, ist, dass die keinen Spiegel haben. Das ist die Palette. Ich zeige euch die Farben mal näher. Und sie hat mich sofort angesprochen. Diese kleine Macke hier oben im Weißen habe ich selbst verschuldet, weil ich da mit diesem Schutzding eingestochen habe. Wir fangen einfach mal mit der oberen Reihe an. So, das Weiß ist Galaxy. Das hier ist Super Vibe. Diese Farbe ist New Age. Und das hier ist Space Out. Also die Pigmentierung ist bombastisch. Ich bin da nur einmal so zack rein und ihr seht, was dabei rumkommt. Die nächste Farbe ist Rose Gold. Auch richtig toll. Dann Black Hole. Time Traveller. Und Cosmic Chic. Und Cosmic Chic ist auch richtig toll. Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade so sehen könnt, aber dieser Stift. Wahnsinn, oder? Auch Rose Gold. Also, ja, ich hatte mich sofort verliebt. Ich konnte nichts watchen bei Douglas, aber habe einfach gehofft, dass die Pigmentierung gut ist. Und ja, sie ist gut. Ich hatte davor noch nie eine Suiva Palette. Man sieht die aber manchmal ja bei Instagram. Und dann kommen wir schon zu den beiden letzten Farben. Das ist einmal Electric Youth. Das ist ein dunkles... Eigentlich ein dunkles Blau. Ein kräftiges Blau. Und Silver Disc. Und das ist ein Silber. Ja. Das sind schon alle Farben aus der Retro Future Palette. Und die kosten knapp 17 Euro. Entweder 17,99 oder 16,99. Ich weiß das jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Man kann die auf jeden Fall auch bei Douglas bestellen. Oder, wenn man Glück hat, eben auch bei Douglas direkt kaufen. Und ja, ich kann die absolut empfehlen. Die Farbabgabe ist der Wahnsinn. Die lassen sich super gut verblenden. Und ja, ich bin verliebt. Und die zweite Palette, die ich mir von Suiva gekauft habe, ist eben die Rodeo Belle Palette. Mit der habe ich mich heute auch geschminkt. Die hat eben auch wieder diese Umverpackung. Und wenn man die aufmacht, sieht die so aus. Hier ist eben noch so ein Cowgirl drauf. Und das sind die Farben. Ich fange wieder mit der oberen Reihe an. Hier haben wir einmal Early Sunrise. Dann Rodeo Ready. Kaktus Flower. Und Western Diva. Bei Western Diva sind noch so ein Hubschrauber. Bei Western Diva sind noch so kleine Goldpartikel drin. Ich weiß nicht, ob man die jetzt gerade sehen kann. Weiter geht's mit Bang Bang, Deadshot, Day Money und Smoking Gun. Und dann kommen wir schon zu den beiden letzten. Und da ist Yeeha dabei. Und Yeeha ist einfach eine absolute neue Lieblingsfarbe. Die ist so unfassbar schön. Und zwar ist das diese Farbe hier. Die georgiert so zwischen Türkis und Gold. Ich hoffe, dass das Licht jetzt das gut einfangen kann, weil die Farbe ist so, so toll. Und daneben haben wir noch Hot Wind. Und Hot Wind ist ein Grün. Das ist die Rodeo Belle Palette von Sueva. Auch unfassbar schön. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Palette, die ich in letzter Zeit neu gekauft habe. Ich hab's mal wieder total übertrieben. Und das ist die 35U Palette von Morphe Brushes. Und was soll ich sagen? Sie ist einfach so unfassbar schön. Das sind alle schimmernde Farben. Und ich glaube, da werden wir jetzt eine Weile mit beschäftigt sein. Vielleicht zeige ich euch einfach immer nur die Swatches. Dann geht das schneller, weil ja, die haben eh keine Namen. Wir fangen mit der oberen Reihe an. Das ist auch eine Hammerfarbe. Der Wahnsinn, oder? Und die sind eben alle relativ schimmernd. Und so schön. Ich meine, guckt euch mal alleine das Gelb an. Wie wahnsinnig gut pigmentiert das ist. Ich glaube, so sieht man es vielleicht besser. Auch die Lila-Töne oder dieser Ton. Der Wahnsinn. Es ist... Ich bin einfach nur total geplättet von dieser Farbintensität. Es werden so tolle Sachen, glaube ich, dabei rumkommen. Also ich kann's kaum erwarten, dass der Sommer kommt und ich auch diese knalligen Farben vor allem verwenden kann. Kommen wir schon zu den letzten drei Farben. Und das sind diese hier, die auch bombig pigmentiert sind. Ihr habt das, glaube ich, gesehen. Nicht eine einzige Farbe davon war irgendwie schwach oder nicht so intensiv. Also die sind alle von der Pigmentierung der absolute Wahnsinn. Ich kann die euch absolut empfehlen. Wenn ich mich jetzt nicht total irre, kosten die, glaube ich, 23 Euro. Ich wollte die bestellen bei... Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, wo. Ich schreibe euch das nochmal hier hin. Da konnte man jetzt leider nur mit Kreditkarte bestellen... bezahlen. Darum habe ich mich sehr gefreut, als Aline eben ihre verkaufen wollte. Man kann auch direkt bei Morphe Brushes bestellen, aber da sind die Versammtkosten zum Teil doppelt so hoch wie die Palette an sich. Auch wenn man am Anfang denkt, ach cool, da macht man ja ein Schnäppchen, weil die Paletten etwas billiger sind. Aber nein. Lasst euch da nicht irreführen. Naja, das sind die drei neuen Paletten, die ich gekauft habe und ich liebe sie wirklich alle. Jihau, eben absolut toll aus der Rodeo Belle Palette. Die Retro Future habe ich jetzt ehrlich gesagt erst ein oder zwei Mal ausprobiert. Aber, ja, ich habe eben so viele Paletten. Aber trotzdem, also die Farben, die sind wirklich der Wahnsinn. Die werden auf jeden Fall auch alle noch zum Einsatz kommen. Die Morphe Brushes suchte ich total gerade, weil die ist einfach so vielfältig. Es gibt wirklich jede Farbe darin. Es ist der Wahnsinn. Und ja, lasst mich mal wissen, welche ihr am schönsten fandet. Habt ihr auch welche davon? Ich weiß, dass es von Zueva noch einige gibt. Ich hätte gerne die Cocoa Blend. Aber im Moment denke ich mir, ich habe jetzt erstmal genug. Ich möchte jetzt erstmal meine Naked Palette dieses Jahr auch aufbrauchen. Also die Einser. Das ist so mein Vorsatz fürs neue Jahr, was vielleicht wenigstens eine dieser Paletten rechtfertigt. Beziehungsweise, wenn man alle zusammennimmt, dann kommt man ja schon auf eine Naked Palette. Ja, wie dem auch sei, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Jetzt, wo ich meine Softboxen habe, kann ich auch wirklich wieder regelmäßig Videos machen. Vor allem zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Nacht, Abend, Morgen. Und bis bald. Tschüss.